Musik Grüß Gott Frau Finster, Grüß Gott Herr Finster Sie haben früher mit einer konventionellen Lackierkabine, also mit Querverschub und einem daneben liegenden Trockner gearbeitet. Heute haben Sie eine Seon-Lackieranlage SE Futura und drei Multi-Arbeitsplätze mit Infrarot-Trocknungssystem REWO. Welche Veränderungen konnten Sie in Ihrem Betrieb feststellen? Wir haben den kompletten Arbeitsablauf in der Lackierabteilung verändert. Früher mussten wir Fahrzeuge und Ersatzteile in der Schutzkabine machen und konnten es dann seitlich verschieben. Heute lackieren wir die Ersatzteile ausschließlich in der großen Seon-Futura-Anlage. Das sind mehrere Aufträge gleichzeitig zusammengefasst und die Fahrzeuge dazugehörig separat auf den Multi-Arbeitsplätzen. Das ist eine sehr hohe Zeitersparnis und ein sehr reibungsloser Ablauf. Die Lackierer freuen sich, dass sie in so einer Anlage arbeiten dürfen. Wie sind Sie mit Betreuung, Service und Reaktionszeit zufrieden? Wir sind mit der Betreuung von der Firma SEON sehr zufrieden. Und wenn man sie dann mal braucht, dann sind sie auch sofort präsent. Musik 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 Musik